hallo und herzlich willkommen zurück bei agrarians guys 2 folge numero 37 müsste es sein wenn ich mich nicht verzählt haben wir 37 ja folgendes ich habe den bis zum oktober schon mal alles fertig gebaut oktober auch nicht im moment sechs tupel fünf stück gleich kriegen wir noch ein wie viel sind das dann 6 6 ich konnte gerade nicht zählen das tut mir leid ja das hier macht wunderschön also ist im endeffekt folgendes vier ökneos extruder vollständig abgegradet das heißt wir machen ein stack pro durchlauf geht um ein wird hinten ausgenommen wird in den compact den drawer hinten gepackt und diesen hier dort wird es praktisch dann zu quadruple dann wird es hier rausgenommen geht da oben rein wird zu 6 tupel 6 tupel dahin wird dann so okku wenn es denn mal fertig ist also das ding wird jetzt ein wein laufen das also in ein paar wochen haben wir dann vielleicht bedrockung ich bin da mal ganz positiv also weiser voraussicht und allem und ich habe folgendes mal ich habe einen anderen recall stone macht und zwar ein dimensional stone das ist im endeffekt ein recall stone plus vier enderperlen plus vier blaze und ihr kriegt so ja dann der menschen stone den könnt ihr genauso müssen wie normal mit dem vorteil ihr könnt über mehrere dimensionen reisen und da habe ich zum beispiel auch noch mal eingemacht und habe den auch nieder genannt denn ich habe den meter gemacht da wir praktisch immer wieder nieder kommen wir zurück und nieder und zurück und nieder und zurück und dass wir praktisch nicht immer das problem mit dem portal das wir irgendwo rauskommen soll wir können einfach nieder sagen gut mir wird zu blöd und sind direkt hier damit über uns in der base dann noch eine kleine anmerkung so jetzt weiß nicht kann man so ein bisschen als werbung sehen jetzt einfach wie ihr wollt einfach nur wenn euch die musik interessiert was jetzt hier im hintergrund läuft guckt mal in die beschreibung weil ab heute laufen zwei oder drei neue album von approaching nirvana in der liste und das ist jetzt zum beispiel ein lied davon was man gerade hört also ich habe zwei neue die 33 neue album sind zu also was heißt neue zwei neue notes und reboot und ein altes wolf aber wolf glaube ich hatte ich schon vorher das weiß ich nicht genau und animals habe ich ja sowieso frage so viel dazu und big giant circles ist immer das gleiche weil da nichts neues irgendwie kam nun gut ja ich wollte nur angemerkt haben falls es mal jemand interessieren sollte so was machen wir heute zuerst einmal habe ich hier noch irgendetwas überhaupt gemacht ja ich habe hier noch die formel hingestellt was allerdings ja im endeffekt nicht große wertigkeit und ich habe noch ein paar autocrafting rezepte gemacht da muss ich gucken für die ganzen servos für sticky piston nether bricks und die ganzen vorstufen für die ganzen also nicht die ganzen terminals für den me terminal hauptsächlich erst mal und die ganzen karten und storage pass das habe ich einfach mal ausgehen jetzt mal alles vorbereitet damit wird da erstmal keine probleme haben wir jetzt craften wollen auch hier so eine precious doll ich habe das alles vorbereitet ich wollte eigentlich jeden doll machen also diese ganzen freezing doll saumic doll und so weiter bis mir dann irgendwann aufgefallen ist moment du hast ein autospauler und kannst du das zeug sporen und töten ja und das habe ich da auch mit blaze gemacht wir haben jetzt irgendwie ein paar blaze rots noch mal nicht hier im system liegen wahrscheinlich noch draußen ich weiß nicht es war es war nicht so günstig dass ich am anfang ich habe zwei doll so macht er so ein paar blaze rots sind noch drin ich kann immer hier alles raus nehmen erst mal so okay alles klappt was ähm was ist das bitte wir haben den stone zur base wir haben auch noch keinen jetpack was ist das wo kommt das her jetzt mal wissen wo das hinführt hat da irgendjemand das ist auch das portal das verbraucher das hat fünf benutzung und hat halt auch ein cooler und da kann man am besten zeigen mit einer perle kann es sein falls ihr euch wunder wie es aufladen können in der ender perle bringt fünf rechargers das heißt praktisch ihr könnt immer mit einer ender perle eine ladung die er verbaut hat gleich wieder auffüllen ja so sowie dazu warum da oben das netterportal ist weiß ich nicht das werde ich nachher mal irgendwie wegreißen weil es gefällt mir nicht gut soviel dazu diamanten haben wir auch ein paar mittlerweile 45 das ist schon mal ganz gut ich bin noch ein bisschen ich mich möchte gerne botanien machen ich möchte gerne definitiv botanien machen ich bin aber auch am überlegen ob wir vielleicht mit bienen anfangen oder ob wir erst botanien machen es wäre vielleicht schlauer erst botanien zu machen damit das dann nebenbei so ein bisschen wackeln kann weißt du ich finde schön die weile haben wir irgendwann mal als quest reward bekommen und das brauchen wir jetzt noch die botanien botanien das ding da ach du meine müde ok ich würde sagen wir machen dass wir das mal das heißt ich möchte gerne kabel haben ohne terminal das können wir mal zum gleich mal einem kraften machen kraften ok denn ich möchte gerne hier da wo ich dann botanier mache zum beispiel botanier hinten machen möchte das überhaupt hier machen ja das mal hier vorne dann so die farben hinbauen was dann noch kommt und dann machen wir hier hinten eine komplette botanierfläche vielleicht was meiner klingt doch nach einem plan hoffe ich doch mal ich hoffe mal die fläche reicht ich mache einfach mal hier hinten dann so hin also über e kabel suchen ok das nenne ich mal glück vom feinsten instant aufs kabel gestoßen so dann so ich brauche noch mal bitte schnell ich suche in der zeit einen link den wir brauchen und dann machen wir ganz schnell dahinten botanien nachdem wir sieben minuten jetzt verpabbelt haben was geht da das geht da lang weiter Splash NEIN Syd va Big vai klick und dann bitte laden und das Ding, das Ding und das Ding. So, wunderbar. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Dann haben wir jetzt hier wenigstens schon mal direkt Zugriff auf unserem E-System. Okay, dann brauchen wir unser Lexiker. Denn wir brauchen als allererstes mal eine gesunde Mana-Produktion. Und denn das lustig ist, ich habe schon überlegt, ob ich mal so ein Sash und es machen. Problem ist, der frisst im Moment Mana. Das heißt, wir brauchen definitiv Mana. Und da hätte ich mir überlegt, wir machen jetzt die sogenannten Hydro-Fichter da, diese Hydro-Angeas. Also Mystical Blue, Mystical Pink. Und die machen wir dann zu den Floating, mit Hilfe einer Floating Flower. Wir brauchen dazu, kriegen wir normale? Ja, warte, wir müssten doch eigentlich... Mensch, gab es da nicht? Ne, warte, ich muss es finden. Ich suche einfach direkt nach Botanien. Gab es da nicht irgendwie dieses komische Floral Fertilizer? Wie hieß der so? Da. Das sind zwei Den-Line, zwei Rose. Das haben wir doch sicher. Ähm... Achso, warte noch mal, ist hier welchen Mamiersystem. Ich habe natürlich mein Biolist Terminal weggepackt, weil ich so schlau bin. Eh, Biolist Terminal. So. Äh, die. Ne, warte, add die. Vielleicht schön, was da eher? Nö. Okay, äh, Red. Da haben wir was von. Yellow haben wir auch was von. Nicht viel, aber ein bisschen was. So, Bonemeer. Ähm... Ein Bonemeer. Zwei davon. Und... Echt, zwei davon. Floral Fertilizer. Können wir ja auch anders machen. Wir können den auch aus allen möglichen Pedals machen. Haben wir durch ganz dumm Zufall hier Pedals reingepackt? Ich glaube nämlich nicht. Doch, ein paar sind hier drinnen. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ich wette, ich habe jetzt auch wieder ein paar übersehen und das ist jetzt erstmal einerlei. Ja, wir müssen dann später eh das ganze Zeug hier mit züchten. Äh... Und... halt noch hochleveln als möglich, dass wir dann einen Haufen Botania Zeug erstmal kriegen. Was wir dann brauchen werden. Und jetzt will ich mal gucken. Erstmal pulle ich mich hier kurz rein. Haben wir hier... Hier haben wir noch Pedal drinnen. Ich nehme das alles mal gleich mit. Äh... Edge... Botania... Äh... Brauche du das? Reist es egal. Ja. Okay. Zip, zip. Dann... Jetzt fragt euch sicher, warum Floral Fertilizer? Nun ja. Äh... Der hat einen Vorteil, den ihr mit dem normalen Züchten von den Seeds nicht habt. Und zwar diesen da. Tadaa. Er macht Blumen. Und das ist ein Vorteil, den ihr auf jeden Fall nutzen solltet. Denn, äh... Für Floating Flows und alles mögliche braucht ihr eh Blumen. Und... Ja. Warum also nicht? Äh... Packen wir nochmal alles hier kurz rein. Damit wir es dann immer finden, wenn wir es brauchen. Ne? Ist ja klar. Okay. Wir brauchen eine Hydro... 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 Hydro Cortison... Ne... Hydro Cortison... Also sehr. Ähm... Blue Pedal, Cyan und Pink... Okay. Was haben wir alles für Pedal? Pedal... Ich glaube, es wird Zeit zu züchten. Äh... Beziehungsweise... Mehr Floral Powder. Und dafür bräuchten wir natürlich mehr Pedal. Äh... Ich weiß gar nicht, kriegen wir aus dem Pedal... Äh... Wie viel brauchen wir für den Floral Fertilizer? Wir brauchen vier. Aus einer Blumen kriegen wir... Zwei. Also eigentlich lohnt sich sogar das... Warte, wir machen das mal so. Wir machen mal am Motor. Pestl. Äh... Geht jede Frau. Geht auch weiß. Ich glaube, weiß geht als einziges nicht. Ich... Ich... Ich vermute es jedenfalls. Okay. Wir machen mal... 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 Wir machen mal hier so. Das heißt ich... Rot. Schwupp. Äh... 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 Botan... Ja... Rot. Kann man nicht noch mal ein paar hiervon kriegen. Äh... Äh... Ich schaff das mal ganz kurz alles zu paddeln. Hier... Hier... Und hier... Äh... Äh... Bau mir... So... Fertilizer... Trom Pestl hab ich noch dabei. Sehr gut. Mal ganz kurz hier so ein paar... Von den Dingern noch. Dürfen wir auf jeden Fall ein paar Blümchen noch kriegen. Ups. So... 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 Geht das nicht? Hab ich da ne falsche Farbe drin? Will ja eine Farbe nicht haben. Achso. Ja. Bin ja auch schlau. So. Okay. Hab ich noch ein Pedal? Irgendeins noch? Oder gelb? So... 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 Okay. Und schon. Achso. Flor... Was? Hier sie... Doch... Floral. Ne... Haben wir nur noch die zwei. Okay. Ach... Komm. Ist mir auch egal. Hier... Ein... Ich wegpacken. So... Okay. Einmal kurz... Alles decken. Oder... holen wir uns jetzt mal ein paar Blümchen ab. So. Ist manchmal leichter als die Blumen zu züchten. Und da wir... Äh... Wir müssen im Endeffekt nur zwei Blumen pro... Äh... Diesen Teil hier kriegen. Pro... Äh... Floral... Power... Powder. Und wir haben... Gewonnen. Und wir haben im Endeffekt schon mehr als wir brauchen. Also wir können praktisch damit dann es unendlich machen. Weil bauen wir haben auch genug. Deswegen sehe ich nicht einen... die Blumen jetzt erst mal zu züchten. Das kann man... Kann ich dann offscreen vielleicht mal machen. Aber erst mal hier... So geht es wesentlich besser. So. So. Das ist erst mal alles zu peddeln. Und dadurch haben wir jetzt auch schon blau und müssen gar nicht erst jetzt ewig züchten. Sondern ich stelle es einfach mal kurz hin und machen das. Und ich würde sagen ich mache das jetzt noch mal kurz so für ein paar Minütchen. Ähm... Dass ich hier... Das mal alles... Äh... Zusammen haue und dann zu Powder mache. Und das dann... Ja. Ihr wisst schon, ne? Dass wir dann noch mehr Blümchen haben. Dann sammle ich mal ein paar Blümchen und... Ich würde sagen wir sehen uns dann gleich wieder. Ne? Bis... Äh... Gleich. So. Da ist der Video. Äh... Ich habe... Ein klein wenig... Äh... Oh Tanja. Äh... Ein klein wenig Blümchen gesammelt. Äh... Ja. Die dürften jetzt erst mal ein bisschen reichen. Äh... So ein bisschen... Black Zeug. Wir haben 13.0 Orange. Ja. Also das dürfte eigentlich im Moment erst mal reichen. Hoffentlich. Äh... Und ich habe mir überlegt. Wir machen als allererstes Mal... Äh... Die Jaded Amaranthus. Äh... Jade Amaranthus hatten wir auch in... Projan Stable da am Ende gemacht. Weil wir ganz viele Blumen bräuchten. Äh... Brauchten. Und wir werden es diesmal auch brauchen. Äh... Denn diese Blume kann mehr Blumen erzeugen. Das heißt wir brauchen... Was nützt... Äh... Warum wollen wir die anderen Mist haben? Diese Blumen aufbauen. Und praktisch dann... Farmen. Da kriegen wir nur die Pedal raus. Äh... Es ist viel... Denke ich mal... Viel effektiver. Wenn wir direkt das Ding bauen. Es schluckt ja eh kaum Mana. Das Ding. Äh... Und dann bauen wir jetzt wieder noch eine... Drum of the Wild. Und dann... Alles gut. Gut. Was brauchen wir da? Was? Äh... Was? Können wir jetzt Mini Blümchen machen? Wenn du sagst. Das wollte ich aber nicht wissen. Äh... Wir brauchen nämlich eine Rune of Spring. Dafür brauchen wir eine Rune of Water und eine Rune of Fire. Und... So ein Ding. Dafür brauchen wir hier so... Äh... Einen sogenannten Runic Altar. So ein Ding. Äh... Und dafür brauchen wir eine Erdperle. Die wir ganz gekonnt. Und voller Elan und Schwung. Wir brauchen zwei Erdperlen. Verlust ich vor. So. Die werfen wir ganz gekonnt. Und mit voller Schwung dann gleich in den Mana Pool. Ich glaube ich töte jetzt die Hühnchen. Ich hab so viele Eier und alles mögliche. Das ist nicht mehr schön. Ja. Hühnchen. Es war... Nicht schön solange es wehrte. Warum? So. Komm her. Alter. Vermehren die sich? Wie viel steckt denn hier in den Ecken drinne? Äh... Okay. Alles klar. So. Dann werfen wir die Erdperlen mal hier rein. Tchuuu. Tchuuu. Kann man da draufhauen. Ein bisschen Mana hat's gezogen. Geht aber noch. Äh... Und mit den Mana Perlen machen wir jetzt erstmal vor. So. Wir craften einmal so ein Runic Altar. Und... Äh... Dann nochmal... Ein Mana Tablet. Genau. Äh... Da möchte ich ein bisschen Dirt haben. Und dann holen wir uns nämlich hier den Mana Pool, in dem wir praktisch unser Mana Tablet vollladen. Dann können wir nämlich das komplette Mana mitnehmen. Achso. Äh... Natürlich auf Sparing. Also Shift-Rechst-Klick auf so ein Ding. Changed Modus. Also Changed Modus ist auch sehr... Noch? Nein. Bleib da. Ich hol schon mal hier die Blümchen. Das? Daybreak Arrival. Hübby. Wir haben Achievement gekriegt. Das ist leer. Sehr gut. Dann nehmen wir das mal beides hier mit. Äh... Und schwupp. Okay. Dann... Würde ich sagen. Wir machen mal hier hinten. So. Hier so. Das. Und... Jetzt hab ich sie nicht mitgenommen. Ich wollte die Pure Daisy Winx noch mitnehmen. Damit wir da hinten jetzt gleich den Stone machen können. Weil wir werden noch ein bisschen Stone brauchen später. Äh... Stone. Und vielleicht... Also ich muss mal gucken, wie wir das am besten automatisieren. Hier. Wahrscheinlich mit einem Block Breaker von German Expansion oder so. Ähm... Ne. Autonomes Activator ist das Ding. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So. Dann machen wir jetzt mal folgendes. Wir machen hier Mana Pool. Ähm... Ja. Der wird wahrscheinlich eh gleich wieder umgestellt. Ich lasse es dir das mal so. So. Und du bist auf Accepting. Genau. Äh... Mars Preder Hammer. Runic Alter. Haben auch. Dann bauen wir jetzt mal ganz kurz hier so ganz prophylaktisch auf. Äh... So. Und... So. Zeig doch drauf, ne? Ja. Okay. Dürfte leer sein. Sehr gut. Dann... Weiter im Programm. Wir brauchen... Äh... Spring. Eine Spring. Eine Rule of Spring. Dafür brauchen wir eine Rule of Water. Wir brauchen wir dreimal erst hier. Okay. Bone Meals. Sugarcane und Fishing Rod. Okay. Fishing Rod habe ich eine. Aber... Die ist... Gedamaged. Das wird nix. Wir müssen mal neue craften. Äh... Ups. Was brauchen wir noch? Äh... Sugarcane. Äh... Sugarcane. Dann... So. Wie nen Baummehl. Und dann brauchen wir noch... Manners. Die haben wir sicher nicht mehr. Ne. Okay. Dann nehmen wir mal sechs davon. Weil... Brauchen wir eh. So. Eins. Zwei. Drei. Eins davon. Eins davon. Eins davon. Eins davon. Und dann müssen wir jetzt mit dem One of the Fouls einmal rechtsklick. Ihr seht auch hier so ein bisschen den Fortschritt. Soweit wir schon sind. Ich hoffe es frisst jetzt nicht allzu viel. Ich dachte ich hab eben was gehört von der Pure Daisy, dass sie fertig ist. Dann nicht. So. Dann brauchen wir einen Netherwater Gunpowder Nettlebrick. Äh... So. Einen Netherbrick bitte. Äh... Das... Einen Netherwater brauchen wir auch noch. Äh... Und das letzte war ein Gunpowder. Hat schon wieder gefailt das richtig zusammenzupacken. So. So wie sieht's aus. Sind fast fertig. Und es hat jetzt nicht... Also fast kein Mana... Gefressen. So. Warum ich den Living Wood... Äh... Living Rock jetzt brauche. Das werdet ihr gleich sehen. Und zwar schießen dann hier so Blitze hoch. Wenn das Ding fertig ist. Dann werft ihr den Lingerrock drauf. Haut nochmal drauf. Und er kriegt ein paar Runen. Äh... Das gleiche müssen wir jetzt nochmal machen. Drei davon rein. Eins davon. Eins davon. Eins davon. Eins davon. Und... Go. Und dann kriegen wir die Rune of Fire. Äh... Dann brauchen wir noch Setslinge. Und ich würde sagen. Wir holen schon mal das Paddle Apothecary. Wo ist hin? Äh... E-System. Ich weiß nicht wo ich das hingepackt habe. Schon nochmal hier. Oder? Durch mich? Äh... Packet. Oh gut, dieses Lied. Okay, Wasserbraumer. Und ich wollte Toast. So. Dann Craft Malden Ice. Ist egal. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich es vielleicht irgendwo hingestellt habe. Aber es fällt mir nicht ein, wo, wenn. Also wird es wahrscheinlich irgendwie zerstört worden sein. Ich habe keine Ahnung. Also Petal, Apothecary. So. Petal, Apothecary. Danke für ihn. Machen wir hier nochmal eine Wasserfläche. Schwupp. Und schwupp. Das ist die nur neben. 1, 2, 3. Du solltest da reingehen. 1, 2, 3. Sag mal. Ach, wir brauchen erstmal die Runes of Spring. Ja, ich bin vielleicht ein Depp. So, ein Idiot. Das, das, das. 1, 2, 3. War es das schon? Ja, Runes of Spring. So, das brauche ich jetzt ein bisschen Mana. Äh, Runes of Spring. Okay. Äh, Runes of Spring. Ja, ich meine, es geht. Es verbrauchen wir sie Mana. Es ist schon fertig. Okay, das ging mehr als gedacht. Gut. Also wir brauchen einen Runes of Spring. Und zwar für Shaded. Äh, Runes of Spring. Wir brauchen eine Redstone Route. Das ist Gras plus Redstone. Äh. Shear. Und nochmal ein bisschen Baum mehr für unterwegs. Und dann versuchen wir mal ganz schnell Gras zu kriegen. So, also natürlich nicht das Gras, sondern das Gras, ne? Wenn man auf der Wiese wächst. Jo. Nehmen wir alle Blümchen mit. Wenn wir einmal dabei sind. Wir haben ein paar Seeds. Die können wir hier das Weide suchen. Ah, sie juckt. Ah, sie juckt. Ah, sie juckt. So. Alles wieder gut. Äh, dann das plus eine Redstone. Und wir haben eine Redstone Route. Die kommt da rein. Und dann brauchen wir noch zwei Purple Paddle. Ein Lime und ein Green. Also drei Purple brauchen wir jetzt mal. Also, äh. Drei Purple. Ein Lime. Und ein Green. Das dürfte ja alles gewesen sein, ne? Ja. Gut. Dann zwei Purple rein. Dann jetzt alles da rein. Und dann brauchen wir noch ein Seed. Brauchen wir wahrscheinlich ganz normale Gras Seeds. Äh. Frage ist, habe ich davon nur welche? Ach, ne. Wir können die ja machen. Ich meine, wir können die ja ganz einfach machen. Mittlerweile gibt es doch ein Rezept dafür. Einfach Wheat rein und schwupp. Sehr gut. Eine Chained Amaranth. Yay! So. And now the cool stuff. Äh. Ich glaube, das Ding braucht allerdings Gras. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich mache mal folgendes. Wir machen mal. Wir haben hier so eine kleine Fläche. Und das Ding hat auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es Gras braucht. Ich denke, ja. Ja, es braucht Gras. Okay. Dann würde ich sagen, wir haben da noch ein Deluded, ne? Deluded. Ja, gut. Dann hauen wir den mal kurz da rein. Und Sparing. Hauen wir das mal ganz kurz rein. Und dann mit Zofan wieder auf. Okay. Das mal, da dürfte hoffentlich jetzt im Moment reichen. Und dann basteln wir nämlich hier hinten mal so ein kleines Setup. Das ist ja im Endeffekt nicht schwer. Hier und Ding. Das Ding rein. Gel daneben. Und wenn wir jetzt kurz warten. Dürften wir gleich sehen. Genau. Das ist da überall wunderschön. Die Blümchen anfangen zu sprießen. So. Und das dauert halt jetzt einen Moment. Das können wir auch mal nebenbei laufen lassen. Und dann haben wir eigentlich schon mal genügend Blumen. So. Weiter. Hydro. Das möchte ich gerne noch schaffen. Zwei Blue. Drei Xi'an. Ein Pink. Äh. 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 Blue. Äh. Das ist Light Blue. Wir brauchen Cyan. Und Pink. So. Und zwar. Davon jeweils eins. Okay. Wieviel kann ich machen? Äh. Ich brauche. Davon brauche ich natürlich drei. Ausgerechnet von den Xi'an brauche ich drei. Das heißt, ich kann zwei machen. Na ja gut. Erstmal besser als nix. Achso. Wir müssen ja. nach Wassernei. So. Das. Zwei davon. Eins davon. Eins davon. Eins davon. Und sie. Nicht getroffen. Oder. Falsches Rezept. Falsches Rezept. Zwei Xi'an. Ein Xi'an. Ein Xi'an. Ein Pink. Das war natürlich Magenta. Äh. Entschuldigt bitte. Das war Magenta und kein Pink. Pink. Brauchen das Zeug da. So. Okay. Jetzt davon. Eins davon. Zwei davon. Ist davon. Eins davon. Und sie zieht. Und wir haben schon mal zwei Hydro-Angers. Und was ich jetzt gerne machen möchte. Ich möchte gerne. Jetzt habe ich es wieder zugemacht. So eine Floating machen. Warum? Seht ihr gleich. Äh. Dafür brauchen wir allerdings eine normale. Blume. Und zwar eine Glimmering. Äh. Dafür nehmen wir einfach eine Flower. Auch der Grund gewesen. Warum ich jetzt so viele Flower brauche. Du brauchst da hin. Gleich sechs. Wenn wir einmal dabei sind. Äh. Und dann brauchen wir ein Pasture Seed. Dafür brauchen wir mehr Gras. Und dann hauen wir mal sechs hier ein. Das ist auch. Pasture Seeds könnt ihr auch nutzen. Wenn ihr zum Beispiel keine Gras Seeds kriegt. Oder zu faul seid. Dirt durch zu jagen. Durch einen Seed könnt ihr einfach die Pasture Seeds machen. Äh. Funktionieren genau wie ein Gras Seed von Ex Nilo. Also ihr kriegt dann einen Gras Block. Äh. So. Dann brauchen wir nämlich die Daybloom schon mal gar nicht mehr. Dann das. Das. Plus. Äh. Glimmering. Habe ich da reingelegt. Wupp. Floating. Und zwar eine Floating. Könnt ihr mit. Äh. Was? Floating. Eine Hydro Angers. Plus. Floating irgendwas. Floating. Plus Hydro. Daybloom. Du willst mich gerade verarschen. Du willst mich doch gerade verarschen, oder? Was soll denn das? Was soll denn das sein? Green, purple. Ich warte jetzt, ob ich da orange sehe. Purple, yellow, white, orange. Orange. Muss gehen. Ich habe hier auch keine. Keine Ahnung. Das ist doch scheiße. Kann mir einer sagen, wie das geht, bitte? Dann wäre ich sehr, äh, erfreut. Weil eigentlich müsste es ja zumal zusammen zu craften gehen. Ja gut. Dann halt nicht. Dann machen wir hier nochmal einen Pool. Und dann machen wir das erstmal aufs alte. Auch wenn es mich ankotzt. Egal. Dann machen wir mal ein kleines Wasserbühelchen. So. Dann hier weg. Da weg. Äh, dort. Äh, dort. Ein dort da. Ein dort da. Hydro da. Hydro da. So, die Dinger dürften uns jetzt, genau, die Dinger produzieren uns jetzt Mana. Achso, wir brauchen noch einen Mana Spreader. Mana Spreader. Den richtigen, also der in der richtigen Position ist so. Und auf dem Pool zeigt. Und ihr seht, das Ding, die Hydro-Angeas produzieren relativ schnell sehr viel, also relativ viel Mana. Und deswegen nutzen wir die auch auf jeden Fall. Nur ich würde gerne wissen, warum meine Floating Flower nicht funktionieren. Äh, Floating? Gibt es ja irgendwo ein Rezept? Ne, man kann die nur... Für so einen Shard of Laputa angeblich. Aber man muss da irgendwie... Äh, Dreck, Zeich. Okay. Ja, äh, ich beende dann jetzt die Folge. Ich noch weiter schimpfe. Wir sind eh schon wieder drüber. Ähm. Nächste Folge auch noch weiter mit Botania. Machen. Ich werde mal gucken, ob ich offscreen mehr Hydro-Angeas mache. Aber wir werden mehr haben. Dann. Ja. Das wär's von meiner Seite. Ich bin dafür fürs Zuschauen. Hoffe euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Äh. Und das Lied muss raus. Gut, dann. Tschüss bis zum nächsten Mal. Adieu. Das war die falsche Taste. Entschuldigung. Ich hab jetzt die Musik-Taste gedrückt. Ich muss natürlich auf die Taste. So jetzt auch wirklich. Tschüss. Scheiße. Ich hab jetzt die Musik-Taste gedrückt.